Ja, von Scho und Watt, Scheissi. Ja, fahrst du auf dem Fall mal an? Dich? Dich? Okay, yeah, ich muss hier richtig rappen, weil der Boxsack ist der härtere Gegner, also in Samia halte ich diesen vor, da ist ein Missgeburt und ich schicke ihn fort. Ja, ja, du weisst, dass du Scheisse sind, Scheisse ist schwul, du hast recht, der Boxsack ist bessere Lines als du. Ey, ich weiss, ich kannst Raps vergessen, Brownies kann man höchstens beim Bäcker frechsen. Das ist kein Konto, so etwas kann sich jeder ausdenken, ich mach mit ihm auf Boxsack, ich kann ihn aufhängen. Yeah, und das passt so richtig schön, scheissegal, seine Raps zu. Ey, Gottverdammt, du bist ein Trans in deinem Club, was da passt, ist zwar ein Schwanz in deine Putze. Ey, also nicht mal locker, du Buh. Gottverdammt, ich halte die Kette von dem Hocker, drum ruhe. Ja, wir wissen genau, dass das eh so eh klingt, weisst du, das wär die erste Möse, wo er gespürt und wo er sieht und wo er jemals berühren will. So ein Wichser kann keine Frauen verführen. Yeah, komm, als Mike, du rockst das Haus nie, er hat einmal gefickt und zwar sein Haustier. Ey, und er hat's geil gefunden. Gottverdammt, du bist mit dem Scheiss-Style dumm. Alter, weisst du genau, Alter, ich sag dir seit dem Satz, es ist logisch, deine Freundin ist meine Katz. Ja, und das passt so, scheissegal, es hat keine Gäbeln rum, es passt da. Ey, Homie, ich finde dich ein wenig geschissen, ich habe eine Freundin mit Kindern und du das Internet zum Wichsen. Ja, ey, ich finde dich auch morgen nicht gut, weil du morgen zu Hause sitzt und Pornos schaust. Und da habe ich jetzt, wirklich. Time, 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 time. Herr Spelll, mach mal Lärm. Unentschieden, unentschieden. Okay, unentschieden, zweite Runde. Dann kann ich's Mike wieder abgeben, da. Das Mal von Insomnia. Yeah. Ja. Noch einmal einen für die erste Runde, ganz geil gewesen. Bam, bam, bam. Ohhhh. Ja, ja. Ja, ja. Ey, vier Liter Dinn, ich habe heute besessen, ich bin ein Gewirrspitter. Deine Freundin ist ein Öffentlich-Verkehrsmittel. Ey, ey, sie ist dumm und fett und sie ist gleich ein wenig an einem Schumbo-Jet. Und alte Mann, ey, ich mag die Fotzen nicht. Seine Freundin steckt jeden Tag im Stossverkehr. Ja. Und der Gestalt so richtig, scheissegal, Brauni in Zömbias-Vernichtung. Haha, du weisst, ich habe den Shit schon gefickt. Er hat keinen kleinen Schwanz, er hat einen Klitoris. Und jeder weiss das. Keiner am Mic da. Gottverdammt, in den Huren peinlichen Scheisskratz. Und ich desset Insomnia da vor allen Leuten. Er hat nicht einmal einen Pfosten, sein Schwanz ist klein. Er hat gar nichts. Yeah. Einfach nur mein Haut. Scheissegal, alte Mann, ich bring das Song from the hood. Ja, ja. Du gehörst ja selber keinen Schritt für dich. Weil jeder weiss, was für ein Gay du bist. Ey. Und mit Gay meinen er, dass du schwul bist. Und hey, heute am Abend hätte ich jetzt den Kulti. Ja, er hat mich ein Gay, das wird so akzeptiert. Ich gilt ihn als Gay. Er hat mich im Facebook kontaktiert. Und er hat mir ein Foto geschickt. Der Typ ist sick. Trotzdem wieder am Mic von mir. Jetzt richtig Fick. Haha, dass ich besser bin und jeder in dem Haus gerafft. So wie du ausgibst, wirst du nur gerade ausgeschafft. Yeah. Und deshalb muss das so sein. Und hey, verwirg es den Schuh grad hier. Und Alter, er ist ein verdammter Opfer. Die hat ihn gesehen da. Er ist so hässlich. Und die SVP greift ihn an. Weil alle haben einfach so Mitleid. Die haben eh gezeigt. Seine Beine hat er eh gesprungen. Ja. Hey, sie wissen, es ist kein frischer Deal. SVP Blocken ist sein bester Kollege. Applaus, Insomnia und Brownie. Ja, man sieht, die Jury ist massiv am Schwitzen. Braunie, insomnia, 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 Rondivite.